Man sieht ja sehr viele Endprodukte auf der Messe. Wie gehen Sie mit Startups um? Gibt es für Startups auch Programme, dass die ein Produkt vielleicht mit ihrer Hilfe weiterentwickeln können? Gibt es sowas auf den Spielwagen? Es gibt zwei Bereiche, die insbesondere Startups unterstützen. Das eine ist das sogenannte New Exhibitor Center. Dort werden mit kleinen Ständen Unternehmen gefördert und können dort das erste Mal präsentieren, um auch mal das Wesen einer Messe kennenzulernen. Und dann gibt es ein Förderprogramm des Deutschen Wirtschaftsministeriums für junge, innovative Unternehmen. Die werden über drei Jahre hinweg finanziell unterstützt über ein bestimmtes Budget des Wirtschaftsministeriums.